Wie ist es überhaupt? In halb zehn? Ja, wir sind jetzt seit vier Stunden dran. Wir haben ja sonst nichts zu tun mit unserem Leben. Alles gut. Ich habe noch nicht mal viel gegessen heute. Dafür darfst du aber aussetzen lieber Bot. Bleibt aber dabei. Natürlich. Äh, Queen. Okay. Habe ich leider nicht. Schade. Warum mache ich so einen Scheiß überhaupt? Naja, egal. Ich hätte lieber aufheben sollen. Oh Mann, ey. Man hat ja auch mal ein bisschen Glück dabei. Jemals kurz die Runde. Boah, soll ich die Scheiß überhaupt alles schneiden, ey? Wer klaut da meine Siegeskarte? Ja, ich. Ich dachte mir, ich hole mir auch mal so einen etwas glücklichsten Sieg. Äh, eine Spakaten kriegst du natürlich. Und weiter geht die Reise. Oh, nehmen wir die mal mit. So. Wir sind nach Feierabend machen nach der 500er Runde. Oder wie für deutlich gerade das Gehende da hinten. Also wenn wir bei Games spielen bleiben, auf jeden Fall ja. Wir können dann auch auf Golf umspringen, wenn du das möchtest. Wenn du das abdeckst. Ja, ich hab das abdeck nicht, ja. Ah, ich hab das abdeck nebenbei nicht gezogen. Scheiße. Ja, hab ich vorhin noch gesagt. Drei Gigabyte abdeck das gesagt ist das, ne? Ja. Ja, es geht eigentlich schnell. Wir können auch nur eine kleine Pause machen dann. Und dann können wir dann noch mit Golf weiter machen. Also das geht bei mir eigentlich relativ fix. Ja. Ich glaub ich ist eigentlich gerade gezogen. Hä? Ja. Ich hab mich vor, ob ich das gezogen hab. Ich hab das gelegentlich. Achso. Okay. Dann beim Baby müsste es auch schon fertig sein, das Update hat. Ja. Ich hab das schon damals vor. Nee. Das mir dann kehrt. Ja. Zweitere hintereinander. Ja. Ja. Dann mal gucken, dass wir jetzt doch das Ding hier durchmachen, das 500er. Ja. Und dann machen wir keinen Break. Und dann machen wir weiter mit Golf, würde ich sagen. Ja. Dann haben wir zumindest auch mal ein bisschen. Dann kann ich mir auch mal Kaffee. Dann kann ich mir... Wir haben sowieso Material ohnehin. Ich weiß gar nicht, was ich das alles schneiden soll. Vor allem, wenn es morgen weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Acht, neun Folgen bestimmt noch mal mal. Aber dann morgen bitte ohne Stress. Ich schlafe aus, Frühstück und melde mich dann in der Gruppe. Ja, wir haben eigentlich morgen, glaube ich, ist kein Formel 1. Es ist egal. Ja. Das ist ja meistens, wenn die Rennen sind dann in den Wochenenden. Ja, ich würde mich dann einfach melden, wenn ich durch bin mit allem. Ja, ja. Alles gut. Ja. Ich muss morgen auch noch ein paar Sachen erledigen. Ich muss auch die Katzenkloß morgen machen. Hier bei meiner Freundin und mal hier durch ein bisschen durchsaubern. Und dann dauert das auch noch ein bisschen mehr so. Alles gut. Kein Stress. Ich glaube dann wirklich, wenn jeder kann. So, nehmen wir lieber mit. Da können wir dann auch noch überlegen, was wir machen und ob Thomas Zeit hat. Das ist es halt. Naja, sonst müssen wir gucken, was wir zu dritt machen. Alles gut. Also wenn wir alle sagen, wir haben jetzt doch keinen Bock, dann können wir auch morgen ausfallen lassen oder so. Das wäre auch, glaube ich, nicht so tragisch. Wir haben eigentlich massigst Material. Wir machen ja immer relativ viel. Das ist normal, das werden wir wegmachen. Ja. Ich sag dir, die Karten sind eine Sünde. Ich sag dir, die Karten sind eine Sünde. Ich sag dir, die Karten sind eine Sünde. Oh, das ist nett. Dankeschön. Was? Okay. Nehmen wir mal mit. Kost 2. Das Ding ist halt, eine 7 zu haben ist geil. Scheiße. Da weißt du ganz genau, dass der andere sich sofort die Karten zurückholt. Ja, klar. Das Bittere ist, was du heute auch legen musst mit den Karten. Ja. Wenn du nicht anders kannst. Äh, ich muss ziehen. Ja, der hat natürlich... Na gut, ich konnte das alles machen. Oh, das kriegt der für Punkte. Der kriegt immer 300... Ne, 230 Punkte hat der bekommen. Für die Runde. Ich hab für meine 30 bis 400 Punkte. Na gut. Alles gut. Ist ja noch nichts verloren. Außer unsere Seelen und das Leben und die Welt. Das ist alles, ja. Aber zumindest scheinbar keine Gefahr mehr aus den USA. Das muss auch schon mal gut sein. Der Clown ist abgesetzt. So. Hat er... Was, was, was... Ist das hier irgendwie nur der? Äh... Ich sag mal gelb. Was haben wir dabei? Dann geht's weiter. Mit den scheiß Siebenern. Tych. Oh, 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 oh. Oh, Alter. Warum nicht? Kev Gaming, der Mercedes-Benz unter den Karten zieht. Ja. Ich habe nur die besten Karten. Ich weiß nicht, warum ich das Logo drin habe, aber es ist immer mal reingerutscht. Ich habe einen Avatar mal geändert und dann ist es immer mit reingerutscht. So, blau. Komm. Die Babys hatte ich jetzt hart. Sechs Karten sind einfach so gezogen bekommen. Ja. 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 Hm. Hm, okay. Nichts dabei. Äh, green. Hm. Sind wir jetzt eigentlich immer eine Runde rum, oder? Ich hab da jetzt auch so ein bisschen den Überblick verloren. Ach, verklick ich doch. Hier nochmal die zwei dazu. Natürlich. Oh, okay. Oh. 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 I glaube das Ding hat Take-An ensuite mich authorityonfrelated auf Baby abgesehen, da vorne. Wie wohin. Also hinten kriegt sich mittlerweile die ganzen plus fünf...äh, plus vier und so. Ich krieg's ja auch durch die ganzen Karten Ich krieg's ja auch durch die Karten ich bin schon mal in der anderen richtung ich dachte mir wir spielen mal ein bisschen anders rum und wie gesagt dann ist nicht die musik macht aber auch gerade nicht besser beziehungsweise zum müde sein die müde in die müdigkeit die ist auch ein bisschen einschliffern ja aber das ding ist halt auch du musst hier nicht viel nachdenken oder so ist halt alles mehr glückssache ja natürlich ist hier mehr glückssache aber du hast gerne zeit mal kurz was zu trinken oder mal auf toilette zu gehen weil das dritte zack 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 jetzt weiter auch zwischen den zum beispiel zwischen den nach der runde nichts naja ja ich merke aber auch gerade dass ich extrem müde bin weil halt einfach die so ein bisschen die körperliche anschauen gefällt also als körperliche anstrengung klar aber die geistige anstrengung so ist es richtig dann gehen wir einmal rund ja 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 ich ja Das ist zum Kotzen, warum muss ich diese Karte überhaupt legen? Tschüss, Kot Da 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 Er liegt auf grün und witzig grün. So, da habe ich dann alles lösen müssen. Ich hätte da anders rum sitzen müssen. Komm, gib dem Bot die 4. Natürlich nicht. Mach mal gar nicht den Bot, damit ich die 4 gebe. Und jetzt macht es zu. Und jetzt macht es zu. Und jetzt macht es zu.